Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ4All. Heute kommt mein letztes Projekt und zwar möchte ich aus einem silbernes Metallic Spezialpapier, das habe ich mir hier schon rausgeholt, werde ich mir einen Streifen abschneiden und dann mit der Stanzform Festtagsfreude gestalten und was daraus wird, das zeige ich euch jetzt im Video. Bleibt einfach dran! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!